Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part auf meinem Handel 3 jetzt schon auf einen Tag 3 Wohlen aufgenommen. Ich habe schon 2 hochgeladen, Handel 2 wird gerade hochgeladen, aber 3 lade ich. Heute ist es, kann ich euch am Montag überlegen, ich schalte, also Entschuldigung, ich bin halt noch eine zweite Folge hochgeladen, also ich hoffe das passt, weil am Montag konnte ich auf sich halt nicht. Also Entschuldigung Leute, aber ja, die Überlegung. Ich habe kurz unsere Vor-Mann, wo der Wohlste, wenn ich jetzt gerade hier auch aufkomme, auch nicht wischen dran. Aber ich dachte es, vielleicht auch mit meinen Freunden, mit Miene, Bauernhof, Rüstung, Schmerz, Rude, der Wohlste, 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 der Wohlste. Ähm, Leute, also die hier kommt am Donnerstag hoch, die Folge, ich wundere, wo so ein Donnerstag kann ich überlegen, vielleicht mache ich Handel extra, vielleicht lade ich Handel einfach zum Überlegungsfeld hoch, aber ich, ich glaube, ich lasse Handel extra hoch. Jetzt habe ich gerade einen Dienstag, Dienstag könnte ich handeln, also Leute, merkt euch, Donnerstag überlegen ich euch und dann Dienstag Handel. Okay, das merkt euch, bitte. Kili, ich kann nicht rein. Oh, wir nehmen auf. Kili, nehmt auf. Ich auch. Ja, für zwei Videos war der Hochglas. Leute, ich habe gerade geprüftet. Kili, ich kann wirklich nicht rein. Kannst du mal kommen, dass du aus der Welt blieb, ne? Oder? Dreckpunse, ne, doch immer. Matthias, Pauli. Au, 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 au. Pauli, ja. Schaut auf, guck mal wieder. Das hier hatte ich eigentlich beim Hunting Simulator noch hier, aber ich finde, es passt nicht so gut. Ich habe das jetzt ja hier unten gemacht. Leute, wenn ihr wieder wollt, dass es nach oben kommt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bitte, 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 bitte. Ich habe nur zwei Abonnenten. Bitte, bitte, bitte. Und Kili hat sieben. Und mich auch. Also Kili hat sieben. Und mich auch. Also Kili hat sieben. Und ich und Papa. Ja, Papa als Abonnent und ein irgendwelchen. Also, bitte, bitte, bitte. Ja, Papa als Abonnent und noch ein irgendwelchen. Ja, mein Papa. Zwei. Also bitte lasst ein Abo drauf in die Videoschaut und ein Like. Oh, Pauli. Es ist eine Robberhunkie. Äh, das ist ein König. Ein Gott. Ja, ich kann rein. Pauli hat mir geholfen. Pauli, danke. Dafür lasse ich... Kann ich dich dafür streicheln? Nö. Was soll ich dafür tun? Ich bin krank, Kili und wir beide sind krank. Heute waren wir beide nicht in der Schule. Pauli, fertig. Bei mir steht fertig. Nein, nein, nein. Kili hat bei mir das Eisenhäste, das ich gerade mein Ding da unten geholte. Ja, genau. Ja. Leute, habe ich das vorhin schon gezeigt? Wie viel habe ich das? So, Leute, kurz. Pauli, musst du rausgehen, mein kleiner Bude. Und ich bin hier, ähm, der... Ich kann aber jetzt sein. Ich kann das, was ich jetzt benutze. Eigentlich so groß. Das ist jetzt hier weiter. Das ist jetzt mit Eisen gemacht. Da habe ich die Pfanne in die Finke. Hier fassen wir das Brot. Wir hatten hier schon einen. Ähm, der wird aber mit der Regierung jetzt. Bei Köln, das ist jetzt ein bisschen. Das ist jetzt hier mit Bezo. Bei diesem war das euch jetzt. Ja. Das ist jetzt so großartig. Das ist jetzt so großartig. Das ist jetzt so großartig. Oh, Leute. Hier geht, was ich hier dran machen will. Okay, gut. Nach oben? Ich meine ja, ich komme auf den Krieg. Ich stehe da? Ich stehe da. Ich stehe da. Ich stehe da. Ich stehe da. Ooh- Ot Web ja das. Nau. Hi falan. Ich molecules wir in ihrem Löitz. While they're so excited. Walker, wiresen! Got Somebody in Rodrigo. Wow, Bringing Kron. Jetzt kommt ein paar und kommt mal um die Kaffee um eine Schauspieler, der hat bei uns gekauft. Um viernes Herz 20, 30 Sekunden, zum Trailer! Rekker! Mandeln? Kommt! Kili, wirst du ein paar Akazier kaufen? Aktien und schlafen. Das ist ja jetzt ein Dorf, das hätte ich dir auch. Deswegen sind die Täter auch süß. Oh! Okay, die andere. So, äh, das ist die Mine. Dann, sorry. Also, die Täter hätten... ... hier oben. So, dann, um... Okay, lese es nach. Kannst du bitte ins Bett gehen? Äh, hier... Ich hab kurz, Leute... Ja, die hab ich gefunden. Ich hab hingehört, hab mich dann runtergegraben und dann über der Kohle war was da. Und da drüber waren ganz viele Hexen und Filette. Und da war auch eine richtig große Höhe. Mit Lava. Ja. Das war... Das ist echt cool. Ja, wo... Nein, ich weiß nur, was das Problem ist. Was denn? Ich bin hier drin, der Wurzel ist. Ich hab noch weitere runtergefahren. Ich war hier halt gar nicht. Hier, das ist die Luna, die Wälder. Hier, schaut mal. Und zwar, die Eisenmusik und das Eisensteiger. Äh, die Ablust und das Eisenmusik in Einsatz. Die, die hier, die, die Mälder sind nicht alles. Ich hab hier oben da. Hier, um die Mälder sind. Genau, das sind die Eisen. Das ist auch die Mälder. So, wie hier auch, die Mälder sind. Die, die hier ... Ich hab hier ... Hier, das ist die Mälder. Da ist sogar der Dinger. Hier, der Bann. Hier, der Eifel. Das ist nur ein Mälder. Äh, der Dich hat. Aber der hat auch. Es ist ein Wachstum. Ich bin vor allem in der Deutschland-Gruppe. Ich glaube, das geht auch um den Schild. Hier ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum, der sich um den Schild auf dem Schild zu befinden. Und es ist auch hier ein Wachstum. Hier ist es ein Wachstum, da ich noch ein Wachstum auf dem Kuchen auf dem Kuchen. Und hier ist es ein Wachstum. Burg Was ist da? Hi Kili, ich hab da oben gekürbischt. Ja, das habe ich geschmolzen und zwei habe ich zu einer Schere verarbeitet, um die Kürbis zu schnicken. Hier hat man die Kürbis zu schnicken und wir haben die Kürbis zu schnicken und die Kürbis zu schnicken. Schade, das ist so blöd geworden. Entschuldigung, wenn du wenig geregnet hast. Ich habe mich konzentriert. Wo ich bei mir reingegangen bin, wo ich in mein Haus gegangen bin, die Aufnahme wurde gelöscht, wo ich in mein Haus gegangen bin, oder? Ich glaube, ja. Ähm, also ich habe nur die Küchen jetzt irgendwie gebraucht, äh, als Traktor, die Schmiedeflasen, und ich weiß, äh, 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 Pili. Du hast doch gesagt, so einen Blumenstand könnte ich doch machen. Ähm,pappen ein paar Blumen, Funder, Blumen, Flücken, also ich könnte gerne einen Blumenstand machen. Wo soll ich hinkommen, Kili? Soll ich einfach ins Dorf kommen? Leute, ich hab von Haus nicht gesehen, aber es geht aus, ich habe auch einmal ein Baby. Nehren Leute, ich habe auch immer einen Baby. Ich bin selber der Leute. Ich habe ein Baby-Dich, ein Baby-Dich. Ich habe die Chance und die Gelände, ich habe immer gesagt, dass sie es gut ist. Okay, jetzt geht's. Da hinten ist mein Haus. Geht ihr? Genau das muss ich aufmachen. Ich hab halt das, das bleibt kein Löwen. Nichts, das ist mein Haus. Ich darf gar nichts tun. Jetzt wollte ich was anderes hier hin. Und deswegen habe ich das hier hin gemacht. Nun geht es. Also. So. Ui, ich mag die Teule hier nicht. Versetzt sich? Oder dass er hier hin setzen will, oder? Wenn jetzt irgendetwas besser ist, schreibt man das in die Kommentare. Dann. Das ist gut. Ich platziere einen noch da oben. Ah, ich glaube, das ist gut. Schön ausschaut. Ich leg mich mal in das Bett. In das Bett. Ist schon mal wiesig. Ich hab halt ein rotes Bild von mir zu holen. Ich hab auch gelern. Ja, das ist bei uns besser. Neu. Ich hab's gelern. Ich hab's gelern. Oh. auf mein Tablet. Darf ich? Diese Blumen hier pflügen? Ja. Das stimmt. Es ist voll schnell. Ich hab's gelern. Ich hab's gelern. Ich hab's gelern. Okay. Ich hab's gelern. Ich hab's gelern. Ich hab's gelern. Ich hab's gelern. Neun Pfingsthosen, zwei Kontoumen und zehn Margeritten. Margeritten. Uuu. Hoppa. Ich hätte gerne einen Stamm hier. Schade. Leute, ich habe dir hier noch keinen Namen ausgedacht. Zu einer neuen Aufnahme von mir, dem Whitstone Profi 94. Das ist richtig. Kiri. Was? Ich verstehe, das ist richtig. Was du gerade machst? Ja, doch. Aber du machst doch gerade eins. Nein, ich habe mir gedacht, ich bin gut, das ist richtig. Aber ich mache nichts. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Nachdenklinik-Folge und zum 5.000 Versuch. Weil es immer nicht klappt. Hier ist das Video auch hier. Nicht zum 5.000. Nur am 5.000. Stimmt. Leute, schau. Ich bin gut. Ich habe so gemacht. Geschnipp. Äh, soll ich wohl zurück Schnipps, Leute. Muss ich wohl nochmal schnippsen. So, ich schnipps jetzt. Ich hab gestern. Ich kann saubern. Ich kann saubern. Ich kann saubern. Ich hab ein Essen. Da das hier nur ein Zender ist. Dann ist hier die Knochen. Jetzt gehts hier hoch. Das war alles so einfach. Ich muss hier am Hör setzen. Ich muss hier am Hör setzen. Schaut. Hier muss ich nochmal. Hier muss ich nochmal. Ich muss jetzt die Fahne. Ich muss nochmal die Fahne. Hey, wo ist mein Ruf? Wut? 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 Die Folge kommt am Donnerstag. Ich bin auch gleich fertig. Und auch hier. Wut sein. Wie von Oéchel. Who schedet das? Hey, What's your Banes? Wut? Wag das? Wut im selber? Wut? Wut. Wut? Ich habe noch einen Bühnen. Breg, pick up Breg. Oh, das ist ja auch. Ah. Das ist so, das ist so, das ist so. Es ist so ein bisschen gescheitert. Es ist so ein bisschen gescheitert. Wir haben einen Besuch auf die Gründe. Die Gründe sind hier schon so tief in die Graben. Die Gründe sind hier in die Flüssverlust. Die Gründe sind hier in der Flüssverlust. Und dann beim Verkerner hoch ist das Flüssverlust. Was ist überhaupt was du schon gesagt hast? Ähm... Hier an der Natur. Hier an der Natur ist drauf. Ähm... Ich habe Rebs. Ich habe auch nicht was. Weißen Fels. Es ist mein... In der Garten. Du hast es draußen schon gesehen. Ja da. Jetzt am Ende. Der Brüder. Ich will jetzt mal. Ähm... Na, ich schreibe ich vor. Und dann... Ich sage das wir praktisch. Ja und ich. Also wir bekommen eine und wir müssen hier so einen Gramm. Die wir sehen dann eben nur, weil Professor blau liegt. Und schon... Beim Sch�. Äh... Dann brauche ich auch noch mehr auf die Luft. Weil also blau ist hier auf die Zeit fertig. Äh... Es ist ja auch wegen Doppeldetitel. Das wird auch sein bekommen. Also die Bahn läuft. Vielleicht muss ich die auch noch ein Abreisen. Das ist ein Schmutz. Hier ist das mal von. Dazu gehört ja auch das hier. Der Kast ist ein Koppel. Solche Sachen, die man nicht haben darf, die geklärt werden müssen. Ich glaube, ich werde die Sachen machen. Und das ist so, dass wir das hier aufgebaut werden können. Oh, schade. Und das geht nicht. Oh, schade. Wer wird das nicht machen, du? Oh, schade. Und hier. Ja, das ist gut. Sorry. Ich will keinen Boden. Hm. Vielleicht geht's mal ins Haus wieder gut, oder? Vielleicht auch nicht. Ich bitte schon mit meiner Linken. Ich werde es hier auf, was es ist. Ich schade ihn. Ich schade ihn. Mal mit demnigsten Geigelord. Bin ich nicht mehr, weil sie sind die Fläche. Ich habe nur ein gesehen. Du, ich bin auf dem Geigelord. cómo ist die Fläche. Ich habe in meinem ganzen Haus die Erde durch, mit einer Schaufel zu Gras gemacht. Darf ich das? Ja, in meinem Haus der Boten. Ja, weil... Du hast gesagt, du wurdest jetzt nicht dran fahren. Ja. Du hast dran geholt. Ja. Ja. Äh, Preise bekannt? Ähm. Also Preise, ja. Ich komme erst mal zu dir in das Dorf. In das Dorf? In das Dorf? Okay. Ein Hopp. Man stand. Læft sich wieder mit dem Finger? Halda. So. Kili! Hlöln! Hlöln! Glend Leichts 23 min. Kili, welkstand soll ich kriegen? Für was? Wie viel würdet ihr denn gerne wollen? 10 bis 15 10, ja Den hier, ja Gibt es den? Ja, da geht So Gut Okay Was hast du gesagt? Ich wollte 10 Weißt du was dein Problem ist? Du bietest dir keine 15 Also nicht maximal Was? Okay, dann gebe ich 15 Ja, ne Ja Ja Aber hier könnte ich alle hinstellen und sagen, ja, ich hätte gerne Ja Ähm Soll ich Soll ich jetzt schon Soll ich jetzt schon bezahlen? Nein, oder? Ja Okay Lorie, jetzt habe ich den Ja Was? Und Ja 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 Ähm Ja Warum? Also siehst du grad gar nicht Was denn? Ja Wie schluckert Wie schluckert Kili Wie war's? Ja Ähm Und Leute Wurde ich jetzt mal sagen Ende des Videos Tschau